Die Hyäne versucht, die Antilopen so lange wie möglich im Ungewissen zu lassen. Ihre Zähne müssen ihr ganzes Gewicht tragen. Egal was kommt, sie darf nicht loslassen. Wer hält diese Tortur länger durch? Von den Artgenossen gibt es nicht den geringsten Versuch, dem Opfer beizustehen. Solche Angriffe sind eine harte Herausforderung. Der Bock ist doppelt so schwer wie die Hyäne. Dem Bullen gelingt es, sich loszureißen. Aber die Hyäne ist längst nicht am Ende ihrer Kräfte. Es ist ein hohes Risiko, in die wild schlagenden Beine zu beißen. Doch ihre Kiefer sitzen fest wie ein Schraubstock. Ganz allein ringt sie die Beute zu Boden. Sie versucht sogar, einen Kehlbiss zu setzen, was bei Hyänen selten ist. Immer mehr kommen dazu. Aber kaum Hyänen aus ihrem Clan. Erschrocken gibt das junge Weibchen auf und flüchtet. Von der hart erkämpften Beute hat es nichts abbekommen. Während der Jagd ist die Hyäne in das Nachbarrevier geraten. Zu wenige Tiere ihres eigenen Clans sind zur Stelle. Immerhin, ein starkes Weibchen aus ihrem Rudel hat ein paar Bissen ergattert. Aber es wird schnell erkannt. Auch ihm bleibt nur die Flucht.